Maisballern 2022. Here we go! Was ist das denn hier für ein Scheiß? Sind die auch mal bald fertig mit ihren Maschinen, mit dem ganzen Heckmack da? Könnt ja wohl nicht wahr sein. Den ruf ich an, den. Frütiger heißt er, glaub ich. Tach! Hallo! Wer ist da? Ich bin nicht! Ich auch! Verarsch mich nicht! Du hast so angefangen! Was macht ihr da schon wieder? Maisballern! Wat? Maisballern! Ballern? Ja! Ich baller dir gleich mal einen! Dann komm doch! Maisballern 2022! Seid ihr jetzt bald mal fertig mit dem Krach? Wann bist du fertig? Ich bin fertig! Merkt mal! Und wann hört er auf? Womit? Mit der Ernte! Dauert noch! Mir reicht das langsam mit euch! Was? Dass ihr immer mit den Treckern und mit den Baggern so einen Krach macht! Wat für Bagger? Das ist mir doch völlig egal! Ihr mit euren Maschinen da halt ständig schwatter auf euren Feldern rum! Was sollen wir denn sonst machen? Leise sein! Was? Leise sein! Was? Leise sein! Ich kann dich nicht verstehen, ist so laut hier! Was macht ihr überhaupt da? Maishäckseln! Wofür? Futtermais! Und wer soll das fressen? Na die Bullen! Gut, dass ihr auch was für unsere Beamten macht! Ja auch! Und was macht man sonst so mit dem Mais? Popcorn! Ach guck mal! Ja! Das hab ich noch nicht gewusst! Ja! Ich dachte immer, das wird aus Korn gemacht! Nein! Komisch! Mach mal nicht so! Wat? Nicht so, ja? Kein so, ja? Genau! Du verarscht mich doch! Genau! Solche Typen mögen wir eben nicht! Was? Solche Typen! Welche? Das heißt Wölche! Welche? Welche sind da denn? Welche, nicht welche! Welche? Solche wie dich! Gib ihm mal einen Schwung Mais mit! Du blöder Bauer, du! Musst du gründlich kauen! Oder mehrfach wieder kauen! Dann geht das auch! Sag mal, seh ich aus wie eine Kuh? Nee, aber wie ein Schwein! Mir reicht das gleich mit euch hier! Könnt ihr nicht einmal Ruhe geben? Nee! Wat? Nein! Könnt ihr nicht auch mal mehr Verständnis zeigen? Nee! Was? Nein! Warum nicht? Darum! Dann bleibt alles so wie es ist! Rauch dir einer, der ist entspannt! Ich will mich aber so entspannen! Dann geht zurück in die Stadt! Jeet nicht! Warum? Weil da der ganze Stadtlärm ist! So! Und diese Einfach-Bauer-Cap, die wird für euch den Rest des Septembers reduziert! Genau! Nur hier im Online-Shop! Genau! Hier! Und hier! Und hier! Und hier! Und hier! Wir tun! damit sie Walden- nu ist nicht قessad! 走 werden! Tal!